Wir sind jetzt in Shibuya. Hier ist ein ziemlich bekannter Ort. Hier sieht man auf dem Fernsehen und noch Fotos. Zeig mal oben. Man fahren meistens einfach mit dem Menschen machen. Aber das ist ziemlich schwer. Äh? Wie können wir jetzt rüber gehen? Zeig mal, wie das rüber geht. Und das ist erst leer hier. Abends ist es voll hier. Figuras erne Stadt ist. Nach der Nacht. Wir haben noch grün. Hä? Noch grün. Das sind die massive Hürde. Hm? Wie machst du die massive Hürde? Nein. Ja, jetzt kommen wir hier. Ich kann jetzt mal zurück gehen. Jetzt weiß ich hier noch gar nicht, wenn mein Freund zuerst wieder zurück geht. Dann kommen wir hier hoch und weiter. Ach, okay. Ich bin hier oben. Es wird nicht dabei sein. Was ist hier unten? Es wird aber nicht dabei sein. No, so. Es wird nicht dabei sein. Ses wird nicht dabei sein.